Ich hasse Goodbyes, ne? Du kommst nicht mit zu gefährlich? Ich werde alle meine Karten und die Verschlüsse prüfen müssen, um die Unterschiede im nächsten Universum zu erkennen. Du weißt schon, falls wir wie üblich in Schwierigkeiten geraten. Hör zu, Dad meinte, wir könnten alle getrennt werden, wenn wir in die Allheit gehen. Glaubst du, dass das passieren wird? Könnte sein. Das ist ein Grund, warum du hier bleiben solltest. Hier ist es sicherer. Damit mich alle anderen zurücklassen? Weißt du was? Ich verliere etwas, so oder so. Also wähle ich lieber das Abenteuer, wenn ich kann. Mir wird die Loge fehlen, aber ich will wissen, was als nächstes kommt. Das wollen wir alle. Eine lange Reise geht zu Ende. Wir haben alle Artefakte. Bist du bereit für das, was kommt? Wir sehen uns auf der anderen Seite vielleicht nicht wieder. Mach dir keine Sorgen, Sam. Ich auch. Hey, du fragst dich bestimmt, was mit Korra ist. Ich hab es mir durch den Kopf gehen lassen und eine Entscheidung getroffen. Sie kommt mit. Ich weiß, was alle denken. Selbst wenn ich es ihr verbieten würde, fände sie einen Weg auf das Schiff. Und wenn wir zurückbleiben, würden wir es bereuen. Tja, die Coase hält man nicht von Abenteuern fern, oder? Den anderen wird es sicher nicht gefallen. Und ich würde mir unendlich Sorgen machen, wenn wir nicht am selben Ort landen. Aber ich muss mir immer wieder sagen, dass Korra bereit ist. Hey, das gilt auch für dich. Falls wir uns auf der anderen Seite nicht wiedersehen. Es war's wert. Hey, Andrea. Ich bin gespannt. So würde ich das nicht sagen, ihr... Ich akzeptiere, was kommt. Ich bin bereit. Glaubst du, wir werden uns nach der Allheit wiedersehen? Würden wir uns überhaupt erkennen? Keine Ahnung. Ich hoffe doch. Ich auch. Aber der Gesandte lässt mich zweifeln. Der Gesandte ist die Person, die wir verloren haben, und jemand anderes. Falls wir uns nicht wiedersehen, ist das hier der Abschied. Ich bin stolz, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Was zum Geier war das denn gerade? Danke, Walter. Ich will unbedingt die Kosten für die Reparaturen der Loge und des Auges übernehmen. Und darüber hinaus die Kosten für die... Für die Begräbnisse. Barrett war trotz seiner Macken ein wichtiger Teil dieser Gruppe. Und ein Freund. Danke, Walter. Na ja, ich brauche kein Dankeschön. Es... Es musste getan werden. Das ist alles. Wenn alle in die Allheit gegangen sind, übernehme ich den Vorsitz und bereite die Constellation auf einen Neuanfang vor. Sitze nicht das erste Mal für eine Crew am Steuer. Aber ich lasse es langsam angehen. Nur auf diese Weise kann ich wirklich etwas zu unserer Arme... Ah, weiß nicht. Ich will die Leute weiter lehren, Ärger zu machen. Als Entdecker muss man zumindest auch ein wenig gefährlich sein. Gut. Ich habe dich lang genug vorgeschwatzt. Ich werde lächeln, wenn du durch das Tor der Unendlichkeit trittst. Zeig's dem anderen Universum. Ja? Na gut, da wir schon dabei sind. Es gibt noch eine Sache, die ich für Barrett tun möchte. Ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Ist auch gar nichts Außergewöhnliches. Nur eine kleine Gedenktafel hier in der Loge. Welche Stelle findest du denn passend? Die Bar. Das ist auf jeden Fall ein Ort, wo sie alle sehen würden. Hast du was dagegen, Walter? Nein. Ich finde das eine gute Idee. Dann ist das geklärt. Ich habe mein Zimmer in der Loge an Andrea abgetreten. Und jetzt können wir vielleicht nach vorn. Einsam tanzen zu lassen. Das wäre gut. Ich gehe gerne mit meinem Dad auf Abenteuer. Aber ich komme auch gerne nach Hause in mein Zimmer. Bald ist es geschafft. Okay. Na dann, auf in die Allheit. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt alle erwischt, oder? Ich gehe davon aus, wir haben alle erwischt. Das war gerade so ein Durcheinander. Und wir sind typischer Starfield-Moment. Typischer Bethesda-Moment. Na dann, auf sie mit Gebrüll. Und dann, auf sie mit Gebrüll. Du hast keine Artefakte. Okay. Na dann, Rettungstruppe und so. Und dann, auf sie mit Gebrüll. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Man kann es übertreiben Der Sprung in die Credits Oh, oh, okay Das ist ein Geier Sind wir das? Ist das Barrett? Das sind wir Hi Du hast es geschafft Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an Die Unendlichkeit Genau So rede ich nicht Definitiv nicht Jeder sagt das, wenn er sich zum ersten Mal hört Nein, so redest du nicht Zumindest dieses Du nicht Wir beide sind Teil des großen Ganzen Alle Punkte laufen hier zusammen Wird ein Stern geboren Oder stirbt er? Schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts? Die Allheit Ich habe gesehen Was du warst Bist Hättest sein können Glaubst du Ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Jetzt wird es aber religiös hier Moment, bin ich tot? Achso, ich bin aufgestiegen Gut Diese Klarheit wirst du brauchen für das, was kommt Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben Dich selbst Der nicht greifbare Teil von dir Der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht Wird wie eine Supernova explodieren Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt Bleibt ein anderer auf ewig zurück Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück Doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern Kann ich wenigstens mein Zeug behalten? Die Sternenblut haben immer nicht Ja, werde neu gewusst Klingt nach sterben So wie ein toter Stern neue Materie erzeugt Verschmilzt ein Teil von dir mit der Allheit selbst Dieser Teil betritt als Sternenblut das Multiversum Für dich wird es so sein, als würdest du aus einem Traum erwachen Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal Du könntest auch umkehren Dich entfernen von der Allheit Bis die Sterne verblassen Und auf deinem Schiff erwachen In deinem Universum Dein Leben weiterleben Es hat mich gefreut mit dir zu sprechen Mit euch allen Mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist Geht hinaus in die Sterne Also ich kann umdrehen und kann sagen Ich will nicht Wenn du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwächst Zeige ich dir Was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird Während sich deine Essenz Die Frau und Satz verteilt Ha All das, was wir Ha Krass Dann gehen wir mal Auf ins Nichts Ins ganze große Nichts New Game Plus, ich komme Du lässt dieses Universum hinter dir Doch ein neues erwartet dich Wer wirst du in diesem sein? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Die Frau und Satz verteilt die Frau Nur Die Frau und Satz verteilt die Frau Der Frau und Satz verteilt die Frau Orte Dikt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man muss auch mal bedenken, die Leute, die hier dran arbeiten, die haben sehr lange dran gesessen und die verdienen ihr täglich Brot damit. Die müssen da ihre Familien mit ernähren und so weiter und so fort. Spanish Translation, Alter, wie lange sind denn die Credits? French Sound Engineering, meine Güte. Und wie gesagt, bedenkt mal, ich scrolle das mal schneller durch hier. Was da alles kommt. Krass. Aber es fängt nicht von vorne an, oder? Nee, es sieht nicht aus. Oder die ganzen Robertos und Roberts und Japanese Version. Ich gehe mal davon aus, die Credits haben dann gleich ein Ende. Aber ja. Jo. Alter Schwede. Also, wenn ich das komplett easy peasy nochmal, ah, da war das letzte jetzt. Ich würde sagen, durch hätte rollen lassen, dann wären wir wahrscheinlich. Übermorgen gefühlt noch da. Oh, ist jetzt Schluss oder kommt jetzt noch was von alleine? Nee, jetzt muss ich wahrscheinlich Tab drücken, oder? Ja. Ein kleiner Schritt. Ein Sternblut. Das bist du geworden. Du hast das Unendliche berührt. Deine Geschichte ist vorbei, doch sie wird neu beginnen. In diesem Universum, in den unzähligen anderen. Du erinnerst dich an alles, was du je gelernt und erfahren hast, zurückgelassen musstest. Du deine Besitztümer und jeden, den du jemals gekannt hast. Erkunde dieses Universum neu und alles, was es zu bieten hat. Und viele, was? Und vielleicht unternimmst du auch weitere Reisen durch die Allheit. Narion. Ah, okay, jetzt kriege ich offiziell so ein Schiff. Ah, wait. Oh, ich habe so einen schicken Schiff. Moment, meine Besitz... Oh, shit. Oh, nein. Meine ganzen Items, meine Waffen. Mein Geld. Und Moment, Moment, Moment. Heißt das aber auch? Vectera, Mond von... Oh, shit. Moment, Moment, Moment. Kleine... Ich will nur mal was gucken. Oh, no. Nein. Es ist alles unerforscht. Es ist alles unerforscht. Alles, was ich gescannt habe, ist weg. Du erinnerst dich an alles. Ja, die Planeten, die ich gescannt habe, erinnere ich mich nicht dran. Oh, my life. Oh, shit. Nein. Keiner Schritt. Begib dich zur Loge. Oh, shit. Das tut weh. Au. Das tut richtig weh. Oh, no. Oh, scheiße. Gut, dass ich keine Basis oder irgendwas gebaut habe. Ja, New Jam ist ein Sprung. Alter Schwede. Ja, viel Erfolg. Ja, wenn es recht ist. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Ich meine, es sind andere Universen, ne? Aber prinzipiell sind es doch alles gleich aufgebaut. Oh. Gut, ich habe mein Level 79 behalten. Das ist viel wert. Scheiße. Neu Atlantis entdeckt. Yay. Okay, also hätte ich mich für den anderen Kollegen entschieden, also für den, ähm... Achso, da darf ich noch nicht hin, weil ich es noch nicht kenne. Hätte ich mich für den Hunter entschieden, hätte ich die andere Rüstung bekommen. Ich wünschte, die Waki-Bildling-Virport würde aufhören, nicht zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Aber... Moment. Oh. Ich habe nur den Anzug. Ich habe nichts weiter. Ich habe keine Kohle, ich habe nur den Anzug, ich habe nur das Schiff. Ich habe keine Waffen. Oh. Wie gemein. Ja, New Game Plus halt, ne? Aber normalerweise in anderen Spielen behältst du wenigstens... Behältst du wenigstens deine Knarre oder deine Kohle? Shit. Oh. Na ja. Well. Ich habe versucht, die Mass-Distracted entdeckten. Oh Gott. Also ich scanne nicht nochmal. Ich habe das halbe Universum gescannt, das mache ich nicht nochmal. Nein, nein, nein. Nein. Einfach nur nein. Ich habe die Loge entdeckt. Warte mal, aber meine Skills sind da auch noch die gleichen, ne? Trotzdem geht mir schnell die Puste aus. Welcome to Constellation. Hi. Entschuldigung, das ist eine private. Moment. Du kommst mir bekannt vor. Vielleicht. Vasco, identifizieren. Scan läuft. Erstelle Querverweise zu bekannten Personalarten unserer Partnerorganisationen. Bitte stillhalten. Das scheint ihr meiner von Argos Extractors zu sein. Beschwunden, als wir das Artefakt von Vectera weggebracht haben. Aufenthaltsort bis eben unbekannt. Verstehe. Vasco hat das Artefakt schon geliefert. Also, warum taust du jetzt auf? Hauptquest wiederholen. Ich will die Konstellation... Ich will die Konstellation... Das ist ja nice. Hauptquest überspringen. Ich weiß, was die Artefakte sind. Du bist... Verstehe. Einige unserer Theorien zu den Artefakten stimmen also. Das glaubst du einfach so? Und wenn diese Person nur Wahnvorstellungen hat, in der Mine zu viele Gase eingeatmet hat... Ach, Walter. Hören wir ihm doch zu. Wir wissen so gut wie nichts. Wenn er die Wahrheit sagt, kann uns das sehr helfen. Alles klar. Schieß los. Die Sternblüter jagen im Multiversum nach Artefakten. Um ein Amilar zu erschaffen. Ich habe das alles schon mal genannt. Die Akte fahre... Ich bin da konstellisch. Ich komme aus der Mann-Universum. Es gibt... Ja. Drei Stunden später. Gehen wir also nach den Teilen für ein Armilar. Nach einem Weg in das Zentrum eines Multiversums. Entweder ist das wahr... Oder es ist der raffinierteste Streich aller Zeiten. Über Zweifel sind wir doch längst hinaus, Walter. Wir können es ja mit eigenen Augen sehen. Wir wissen jetzt, wo die meisten Artefakte sind und wohl auch, wie wir sie kriegen. Du könntest die Artefakte sammeln, während ich nach den anderen Sternblütern suche. Denk daran, letztlich gehört die Macht der Allheit mir. Ich weiß nicht, ob du dich mit ihnen treffen solltest. Die Artefakte haben dir doch Kräfte verliehen, oder? Das sollten wir ausnutzen. Rede bitte mit Wladimir im Auge. Vergleich das, was du uns berichtet hast, mit seinen Scandaten. Du spürst die Artefakte auf, die das Auge findet. Wir besorgen die anderen. Äh, auch wenn du nicht die Sarah bist, die ich kenne, freue ich mich, dich wiederzusehen, alte Freundin. In meinem Universum hat Hunter einen von euch getötet. Das wird er, äh, hier nicht tun. Ja. Ich hoffe, deine andere Sarah weiß, dass du in Sicherheit bist. Und jetzt holen wir die Artefakte. Die übliche Begrüßung, willkommen zu Hause, ist in diesem Fall dimensional nicht zutreffend. Visionsstart ist ein kleiner Schritt. Äh, nicht Inventar. Sprech mit Wladimir. Ja. Oder? Aber? Was soll ich sagen? Das war Starfield. Warum lehnt er sich so rüber? Fall nicht um, Kollege. Ich würde seinen Geistertön aber nennen. Ja. Wie gesagt, viel schneller vorbei, als ich es gedacht hätte. Ähm. Ich werde, wie gesagt, noch weiterspielen, nach dem Let's Play. New Game Plus, wenn man so will. Ich habe gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn das DLC rauskommt, gucken wir uns das auch nochmal an. Und ansonsten, sehen und oder hören wir uns bei einem anderen Projekt. Aktuell haben wir noch Hogwarts Legacy, Palworld, Medieval Dynasty. Könnte zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme vielleicht sogar schon vorbei sein. Müssen wir mal schauen. Ansonsten ist ja immer noch alles auf dem Kanal. Und ich habe vor, noch einige andere Sachen einzufangen. Was weiß ich nicht, weil zum Beispiel würde ich gerne einen Shrouded machen oder Nightingale. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Man kann leider nicht alles spielen. Aber ich picke mir das raus, was mir gerade am meisten Spaß macht. Wie gesagt, vielen Dank für den Support und bis dato. Reingehauen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vielen Dank.